Sehr verehrte Damen und Herren, guten Tag. Mein Name ist René Zahnd, ich bin der CEO der Swiss Prime Site. Die Swiss Prime Site ist die grösste in der Schweiz an der Börsen kodierte Immobilien-Aktien-Gesellschaft. Ich freue mich sehr über die Einladung des CCR und des entsprechenden Sponsors SustainSurf zum Thema Integrated Reporting. Wir haben im Jahr 2017 begonnen, unsere Geschäftsberichte, es war damals eben noch ein Geschäftsbericht und dann ein separater Nachhaltigkeitsbericht dazu, das zu vereinen und es dann langsam zu überführen zu einem Integrated Reporting. Der Name mag es nicht ausdrücken, Integrated Reporting klingt etwas langweilig. Integrated Reporting bedeutet eben auch Integrated Thinking, also alles zusammen auch integriert denken. Und wenn Sie jetzt annehmen, dass dieses Denken dann einfach rein kopflastig sei, dann mag das stimmen, weil das Wort Denken dazu eigentlich animiert, aber trotzdem ist es nicht so. Die Motivation und der Treiber des Integrated Reporting und auch das Thema Nachhaltigkeit hat sicher mit dem Kopf zu tun, kommt vor allem vom Herzen. Ich freue mich, Sie am künftigen GBS Symposium 2021 wiederzutreffen.